Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu meinem nächsten Video Leute Ähm, ihr habt zwar vielleicht schon einen Titel gelesen, heute ist es mal wieder ein Informationen Video Leute Und zwar ich fahre jetzt demnächst jetzt in Urlaub Leute Also ich bin jetzt glaube ich jetzt schon in Urlaub, kommt drauf an wann ich jetzt dieses Video hochlade Leute Ähm, und zwar Leute, demnächst werden jetzt vorproduzierte Videos auf diesen Channel kommen Ähm, und ich möchte euch heute einfach so ein bisschen mal die Datum und so alles vorlesen Also sagen, bis wann ich in Urlaub bin und so etc Ähm, euch auf jeden Fall, ähm, Bescheid sagen und so Und ja Leute, ich hab jetzt ein Zettel geschrieben, weil ohne den Zettel würde ich jetzt hier alles falsch sagen Und zwar Leute, ich fahre auf jeden Fall in den Urlaub Also entweder von den 21. oder den 22. fahre ich in den Urlaub Ähm, ich weiß jetzt noch nicht wann genau ich in den Urlaub fahre Leute Ähm, es wurde auch erst gesagt, ich dann bis den 29. bleibe Ähm, also genau eine Woche fahren wir sozusagen in den Urlaub Ähm, so waren auch die Videos dann vorproduziert schon Aber, mein Vater hat sozusagen mir eine Nachricht gegeben Ich sozusagen, ähm, vielleicht noch mehr vorproduzieren müsste Weil es kann sein, wir ein bisschen länger bleiben Und zwar, ähm, ich hab auch schon jetzt vorproduzierte Videos auch dafür gemacht Also für zwei Videos bin ich jetzt ausgestattet, Leute Nur für euch die Info Ähm, es werden auf jeden Fall jetzt zwei Wochen vorproduzierte Videos kommen Aber ich weiß auf jeden Fall nicht, ich wirklich auch zwei Wochen in Urlaub bin, Leute Ich werde auf jeden Fall nochmal ein Informationen Video, also so ein Update Video nochmal bringen, Leute Ähm, würde ich nochmal mitten in der Woche nochmal bringen Ähm, ganz einfach, ihr nochmal auf dem neuesten Stand seid, sozusagen Und, ja Leute, ähm, und zwar, ich fahre sozusagen in den Urlaub Das habe ich schon gesagt, aber von wann Also entweder den 21. oder 22. fahre wir hier los Das steht jetzt auch noch nicht fest, Leute Das wird dann auch spontan passieren Ähm, und ich bleibe dann so zu sagen Also es kann möglich sein Ich bis den, ähm, bis den zweiten bleibe Ähm, bis dann ab 30. kann jetzt sozusagen die zweite Woche bei uns losgehen Also die, ähm, zweite Urlaubswoche sozusagen Äh, ich habe jetzt gerade mich nur verkippt Also bis den zweiten kann es dann auch so lange dauern, Leute Es werden auch mehrere Vorbotserzähl-Videos kommen Das heißt, Leute, ähm, einen Tag wird es auch schon eher kommen Das heißt schon am den... Wir fahren jetzt sozusagen 21. oder 22. Es war ja geplant, der 21. war ja geplant Das heißt, wir, äh, es wird bestimmt schon am 20. ein Vorbotserzähl-Video kommen Nur für euch die Info Und es wird dann bis den dritten, glaube ich Ein Vorbotserzähl-Video kommen Also bis dann in den neuen Monat rein sozusagen Ähm, aber ich weiß es nicht haargenau jetzt, Leute Ähm, ihr werdet es auf jeden Fall sehen Aber ihr auf jeden Fall Bescheid wisst Ich jetzt auch im Urlaub bin Ihr euch da nicht wundern tut Weshalb, warum ich auch nicht in die Kommentare und so schreibe Vielleicht werde ich trotzdem immer mal antworten Weil ich habe ja auch da dort Wo wir sozusagen unsere Unterkunft haben Haben wir auch WLAN sogar Und ja, aber ihr werdet das dann sehen, Leute Ich werde auf jeden Fall nicht aktiv sein oder so Weil ich möchte ja auch mal abschalten und so Von dem ganzen Internet und so Ähm, deshalb Ja, Leute, ich möchte ja auch mal Urlaub haben und so Leute, was ich nochmal als Information an euch geben muss Ist, ich bin diese Woche Oder die zwei Wochen, wer weiß, Leute Bin ich auf Instagram richtig aktiv, Leute Das heißt, guckt unbedingt mal bei Instagram bei mir vorbei Link dazu in der Videobeschreibung Aber Leute, wenn ihr wirklich wissen wollt Was ich gerade mache Und was, was ich nicht so ein bisschen auf dem deutschen Stand sein wollt Dann guckt unbedingt auf Instagram vorbei Ich mache ja ganz viele Storys Vielleicht werde ich auch ganz viele Bilder, Videos reinstellen Wie ja schon gesagt Ich habe auch WLAN dort Also wird alles richtig, wenn die perfekt sein Also Leute, ich werde auf jeden Fall diese Woche Oder die zwei Wochen, wenn ich in Urlaub bin Auf jeden Fall aktiv auf Instagram sein Das heißt, Leute, guckt unbedingt vorbei Abonniert mich gerne auf Instagram Ihr müsst aber nicht abonnieren Ihr könnt auch gerne immer die Storys angucken Oder was weiß ich nicht Ich möchte euch einfach hier mit diesem Video Hier einfach die Information geben Ich möchte euch wirklich aktiv Bin auf Instagram die Woche Und ja, ich würde sagen Viel Spaß weiterhin mit dem Video Ja, Leute Ich würde auch sagen, Leute Das soll ja auch kein langes Video oder so sein Ich wollte euch einfach nochmal kurz die Info geben Bis wann und von wann und so etc. Ich in Urlaub bin Auf jeden Fall, Leute Nochmal zu Verständnis Wir fahren auf jeden Fall hier am 21. oder am 22. hier los Und wir kommen dann circa wieder am 2. August wieder Also in 9 Monaten sozusagen Das heißt, zwei Wochen bin ich dann so circa in Urlaub Wir wissen es aber noch nicht Wir genau zwei Wochen bleiben Ich habe zur Sicherheit vorproduziert, Leute Also zwei Wochen habe ich vorproduziert Auf jeden Fall Es werden auf jeden Fall zwei Wochen videos kommen Nur für euch als Info Aber es kann alles möglich sein Wir nur eine Woche dazu bleiben Nur für euch die Info Aber ich vermute mal Wir werden zwei Wochen bleiben Und ja, Leute Hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen Auch wenn das noch so ein kleines Informationen Video ist Lasst gerne trotzdem ein Like da Schreibt mal eure Meinung mal in die Kommentare Und tut auf jeden Fall auch ein Abo dalassen Würde mich richtig freuen Und ja, Leute Ich würde auf jeden Fall sagen Habt euch einen schönen Tag Macht's gut Bleibt cool Und Ciao Ciao Bohe 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 Bis zum nächsten Mal.